Okay, wir haben ja einen Gastabend in den USA. Kannst du noch gerne an die Werke Headcrash nennen? Ich habe euch ja gesehen, dass wir noch ein Headcrash-Teacher haben. Hier, guckt mal der Jungs hier von morgen auf der nächsten Seite. Der gewinnt das nächste Lied. Dann wäre ich viel zu sagen, cool. 1. 2. 4. 5. 7. 10. 10. Fuck you! Bullshit! Ich bin der Mann, der Mann, der Mann! Ah, hooo! Wenn der Mann, der Mann! Bullshit! Wenn der Mann, der Mann! Bullshit! Oh shit! Fuck you! Fuck you! Fuck you!